Und ein Bajonett, das finde ich ganz gut. Die kannst du ja auch an diese anderen Mosketen, den Namen ich schon wieder vergessen habe, bauen. Mosin. Mosin, genau. Frag den Waffenfreak. Tja, mach ich. Ist das einer von uns mit dem blauen Rucksack da? Und dem Brecheisen in der Hand? Ja, das bin ich. Warst du gerade in der Scheune hinten drin? Jupp, da war ich. Brauchen wir da nicht hinlaufen, alles klar. Ich würde sagen, wir bewegen uns am besten nur noch zu zweit, ne? Ja, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, also sicher ist sicher. Ganz eine gute Idee. Wer war das hier gerade neben mir? Langsam laufen, wer auch immer da gerade in die Scheune reingerannt ist. Hier sind Zombies. Zombies wo? Wer bist du gerade da? In dem Haus, hier vor mir? Ja, das bin ich. Danke. Okay, dann lass uns jetzt immer zusammen rumlaufen. Okay. Ist mir sowieso am liebsten. Super, Freund. So. Zombie umgebolzt. Wir gehen mal hoch zu den Ballon-Dingern. Wart ihr da schon? Also, da wo dieser... ...keine Ahnung was ist. Hallo? Hallo? Ballon-Dingern, da bin ich gerade, ja. Das ist okay. Äh, dick damaged, alles klar. Äh, Theo, ich muss gleich mal was essen. Ich hab wen gehört, bitte. Sag mir, dass das einer von euch ist. Wir stehen ja alle drei zusammen gerade. Gut. Also, ich weiß... Kann euch immer nicht zuordnen. Finde ich ein bisschen blöd. Die Namen wären teilweise ganz praktisch. Aber gut, dann würde man die Leute sehen, wenn sie sich irgendwo in dem... ...im Wald verstecken. Was ist das? Ein grüner Motor... ...Motor-Ding ins Helm. Oh. Wo ist denn hier? Liege ich in den Schnüschuh. Wer? Ja. Mario, wo bist du? Ähm, ähm, hier in... ...in so einer Scheune. Oh, was das darstellen soll. Alter Kuhstall. Wir gehen mal in die Stadt rein, oder, Theo? Wohin? Äh, weiter in die Stadt rein. Okay. Ich hab grad einen sehr schönen Blick. Na, Mario, was hast du gefunden? Euch beide. Achso. Toll, toll. Ich geh wieder alleine los. Ey, ja. Ja, eigentlich, äh... ...dachte ich, Mario hält sich auch mit an dich oder du an Mario, wie auch immer. Deswegen such ich ihn ja. Wie gesagt, ich bin hier. Äh, Theo, in dem Haus da esse ich mal schnell was. Moment. Ja, ich trink mal was. Lass mich mal richtig hinsetzen hier, meine Güte. So, Scheune, oder wo bist du jetzt? Ähm, bist du da, wo der Ballon ist? Ja. Warte mal. Komm hier nicht raus. Da sind so zwei lange Häuser und ein kleines Haus irgendwie auf dem Geländer und am Kleinhaus bin ich. Gut. Da bist du. Da läuft sie gerade an. So, aber ist schon abgenutet, also muss man hier weitergehen. Meine Güte, kann die Frau viel essen. Ich bin auf der anderen Seite von der Mauer, also Treffung ist vorne. Nein. Alter. Alles klar, Theo, ich bin fertig. Aua. Wir haben auch schon alles reingeliebt. Ach, da seid ihr alle. Was sind drinne? Bluuut. Naja, ich habe wahrscheinlich hier kein Glück bei der Blockhütte. Ich gehe links rein. Dann gehe ich hier mal rechts irgendwo rein, so. Verzachig. Schraubenschüssel, natürlich. Blockhütten sind doof. Kann der Kerl nicht offensichtlich haben, ey? Schrecklich, ne? Leicht depressiv, der Typ, wahrscheinlich. Kann sein, ja. Gib dem Kerl seine Drogen. Ach, du Kacke. Fuck, habe ich mich verjagt. Zombies? Ja. Zombie ist hinter mir im Haus gespawnt. Uah, Gott. Krieg den. Aua. Prügeln sie sich. Oh, ihr blutet beide. Alter Vater. Was, ich auch? Sieht zumindest so aus. Die hält ganz schön was aus. Entschuldigung, ich treff die nicht. Schreck. Pock, Pock. Pock, stirb. Wahrscheinlich weil du mich immer getroffen hast und ich dich. Oh, meine Freunde. Ihr seht aber gar nicht gut aus. Habt ihr was? Ich bin gerade dabei, mich zu verbinden. Ich hab gar nichts mehr dabei. Ach du Kacke. Welcher? Wo seid ihr? Wir stehen hier im Hof. Von irgendeinem Haus. Wir gehen gerade nur auf die Straße. Bleib stehen. Jo, danke. Hinten? Ich weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung. Ja, da. Das war so ein Zombie-Boss, oder? Ja. Wahrscheinlich. War die Ober-Tussi. Jetzt haben wir die Apokalypse verhindert. War ich schon verarztet? Ja. Ja, das ist was. Ist aber alles so ein bisschen farbloser geworden. Ja, das ist eben die Blutleere, die man dann hat. So lauf ich schon die ganze Zeit rum. Geht ganz schön auf die Augen auf Dauer. Ich glaub dann musst du mehr essen. Bisher hat sich das noch nicht geändert. Also ich ess ja schon viel. Ich geh jetzt nur mit Brecheisen durch die Häuser, ey. Rotten Key. Hm. Ja, aber vorher hatten wir das ja tatsächlich immer so gemacht, dass wir, wenn wir in die Stadt gekommen sind, aber die Waffen gezogen haben. Das ist glaub ich auch kein an sich nicht die schlechteste Idee. Boah. Boah. Denk ich auch. Mach ich vielleicht auch mal wieder einfach, um sich jetzt daran zu gewöhnen. Äh. Wo seid ihr? Da vorne steht Mario mit seiner geilen Jacke. Hier hör ich irgendwo jemand im Haus snacken. Hier ist ein Brunnen, falls was kriegen wird. Oh, hier stehen wieder Kampfstiefel. Oder? Ja. Und tatsächlich dieses Mal Stiefel und keine Beine. Hier. Kann ich diese nehmen? Ja. Ja, super. Was bist du? Ein T-Shirt. Das mach ich mal in Verbände. Und was zu trinken. Also mit trinken kann ich Leute auch beschmeißen, ohne dass wir Verluste haben. Ah, ne Wasserflasche hast du auch nicht? Ne, ne. Aber dafür so unendlich viele Dosen. Okay. Können wir nachher mal tauschen. So viel zu essen. Jawoll. Ja. Wo seid ihr alle so? Da steht einer von euch. Hier haben einen Brunnen, kann man mal ein Stückchen trinken nochmal. Wo ist der Brunnen? Ähm, wenn du... Ja, da wo ich der ist im Brunnen. Bei dieser kleinen Kirche. Wer das? Wer packt da im Haus rum? Der Gammelobst. Wer von euch hat denn die geile Maske da gefunden? Hä? Oder wer trägt ne Maske von euch? Ich. Okay. Von uns trägt keine Maske, Chrissi? Nein. Was... Wer ist der Kinn mit der Baseballkeule, der da vor mir steht? Für Flo ist gerade so geil. Sein Charakter zieht gerade total rum. Der hat keine Bewegungsanimation mehr und tut dann dauernd so, als ob er seine Waffe zieht und wieder wegsteckt. Was? Sicher, dass ich das bin? Ja. Ich stehe beim Brunnen. Ja? Ganz sicher. Ich sitze hier an der Mauer. Ich seh dich nicht mal. Gegenüber von der Kirche. Genau gegenüber an der Mauer. Es kommt auf mich zugeschwebt. Oh mein Gott. Geh weg. Schweb woanders lang. Und wo ist Mario mit seiner geilen Jacke? Versteck mich. Ja, weil ich dachte wir sammeln uns hier mal. Oh Zombie! Geben mal weiter. Okay. Wo bist du denn hin? Ich komm. Bring ne Freundin mit. Kommst jetzt wieder von da oben gerannt? Ja. Was ist wieder sonst wo? Staubsauger ey. Du hast eh nix tolles gewesen. Jetzt kommt Mario und hat gleich zwei Feuerwehrex in den Händen. Und einer in den zwischen den 10. Klar. Da ist ein M16. Flo kannst du mal irgendwie springen oder sowas? Vielleicht geht das dann mal weg mit dem Bug. Yay. Nein. Das hat kurz geholfen und dann gab es ein Framedown und dann... War vorbei. Wo kommt denn jetzt hier der Herr Mario? Wo kommt denn jetzt hier der Herr Mario? Ja das weiß ich auch nicht so genau. Was seid ihr denn? Rüben steht ein Zombie? Auf der Hauptstraße. Achso. Ich komm mal hin da. Wo bist du denn schon wieder ganz? Bleib doch mal ein bisschen bei uns. Das ist so das was wir damals mit Ava hatten. Ja genau. Ich bin hier bei der Kirche. Hä? Ja wir sind da oben. Ich denke du warst schon hier oben. Hier war auch schon definitiv einer. Hier war auch schon definitiv einer. Man hört es quasi überall wo er längs läuft. Flopp-flopp-flopp-flopp-flopp-flopp-flopp-flopp. musste zum Leben wünschen von dem Zombie bestätig und Prügel musste das tun also versteht uns umgekehrt jedoch nicht er hätte er sollen wie sei gerade so aus weil weil deine Brust so rot ist und Prozent ich muss weg der Kostromi und tatsächlich hau den kaputt hau den kaputt einmal in die Ego gehen und dann klatschen wir den mal hier ordentlich ein mit dem Basie hock hock oh Mist hat mich getroffen scheiße auf ihn du hast nicht getroffen oder du hast dich getroffen er hat mich getroffen Penner ja haupt euch gegenseitig so schnell verbinden bevor ich noch weniger Blutintus habe so huch weißt du wieviel kletterst du da über mich rüber geiler Alpha Bugs äh so wir sind äh drei insgesamt Gott schweißt das alles klar was heißt denn hier Gott wer ist das was ist das überraschung da war ich schon drinnen hat jemand aufgepasst wann wir angefangen haben nö nö gut ich auch nicht das ist schlecht das sollte ich eigentlich mal machen scheiße ach so wo waren wir denn jetzt ach so so ja jetzt müsst ihr mir sagen wohin wir gehen weil jetzt hab ich keine Übersicht mehr wenn wir jetzt weiter genauen gehen für die ich die Kamera äh Quatsch die Map aus dem Blick äh Quatsch die Map aus dem Blick so gehen wir mal da lang äh Quatsch die Guck